ich denke auch ich weiß nicht warum du willst dass ich sterbe darum wo du so was verdienst richtig ist arschloch 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 so richtig ist glaube ich genau zwei durch zack zack hier ich dann hoch das gemeint zu mir muss ich doch das muss ich weinen ja dann war einmal okay ich war ja schon wieder doch eine mittag haben als erst mittag da war holz holz hat der holz und die tür machen es reicht sagt sagt kommen und leichter raus die kommt um die kühe da reinzulocken so und dann würde ich sagen das ist elf dann machen wir jetzt einfach jeden Gang lang fertig und direkt eine Höhle direkt eine Höhle vor mir was ist das denn auch noch eine Schlucht geil kommt mit hat auf jeden Fall was ey das mit dem Wasser sieht ein bisschen ultra pornös aus boah sind die Kühe dämlich die fallen da gerade alle runter hart zumindest ey kommt der hier dämlich wo ist Creeper wo ist Creeper ich habe keine Fackel mehr ich will Centros eine Fackel nein willst du nicht aber sowas von möchte ich das doch lieben gern ich finde das nervig dass sie immer noch hinterher rennen wenn man wenn die schon nicht mal poppen können ja die Kleinen kommen ja auch hinterher ne ja sollten dann hätten das mal so machen müssen dass das erste sehr geht wenn die wieder wollen ja ach egal ja stört mich nicht ja weniger das passt sogar zu neun folge ich weiß gar nicht wann haben wir aufgenommen 10 vor 10 vor 10 vor jetzt verarschen 11.50 wir haben ne stunde schon alter schwede haben wir wieder Langeweile oh dämliche Kuh komm her warum stehst du da so doof in der Ecke rum ja guck dich doch da war ein nämlich oben noch eine ja es wird wieder dunkel heißt es wiederum Schlägerei Schlägerei du dummes Drecksvieh komm 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 ich schub sie mal runter max spring 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 ich hab die jetzt mal nach unten geschub caught prem warum machst du das sorry weil es Spaß bringt du konntest noch ne nein kühe schubsen macht Spaß kühe schubsen zack kühe schubsen macht Spaß das war das waren genau die Mengen eben dass jeder jeder einmal poppen kann du bist ja auch ordinär ne Hauptsache einmal poppen ne bei supp doch immer poppen das kann weg das könnten wir ja eigentlich eine truhe damit hinstellen jetzt kommt dann das weizen drin ist habe ich schon gemacht mache jetzt so schlau war ich auch schon ja so komm jetzt warte wo schmeiße ich denn die eier jetzt mal ganz egal einfach ungeniert er mit rein ja und ich kann die kühe schon wieder poppy machen ich hoffe es einfach sie können spieler poppy machen okay du bist ja die näher hat erfahrungspunkte hauptsache nur erfahrung und das sagt rein damit so kirschen machte nach unten mit tür drin warum ich leite rein und raus kommt so warum warum das gemacht ist was was das schlachten weglasche dunkel sollte mir so langsam eine rüstung da ziehen und wieder helfen jetzt mal die restlichen sonne auf die dann rumstehen und so müssen sie wieder kartoffeln hier rein wer weiß was aufnahme war man ist unter wasser ist das voll hell aber ein bisschen komisch sieht das aus ich finde es nicht schlecht aber jetzt kannst du mal sterben vielleicht ne warum warum ich hab da nur drei level trotzdem kannst du sterben dann wieder und 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 auch noch welche begründung aber nur darum nein will ich aber nicht können ach so okay ja ich mir aber selber nicht nicht die aber deswegen nein weil ich das können muss das auch passieren laute laute meine antwort nein du kriegst es einfach nicht dass ich mich umbringe klar ich weiß gar nicht ob man wohl ich könnte eigentlich auch die pferde pappen lassen aber ich weiß gar nicht was die brauchen ja weizen oder brot oder so weiß ich nicht oder äpfel weiß ich nicht auch nicht glaub die kannst du mit drei sachen sogar machen boppi boppi ne und die boppi boppi machen deswegen ich weiß es nicht keine ahnung aber ich habe nur eins scharf was gar nicht gar nichts ich habe kein scharf hier nachher das war nicht gut das war nicht das gebiet ein bisschen um ändern dass ich auch größere felder unten anlegen kann dazu hast du wieder kein bock da muss die hälfte vom berg abreißen oder auch einfach vom berg auf eine gerade fläche musst du einfach nur scheiße aussehen wo ich habe bei mir jetzt einfach nur stein wiki lang gebaut ist ich glaube ich mache das wirklich wenn das wieder ab ja wohl ich war eben so auf den kleinen mini-zombie konzentriert aber noch wer kaut ja das weg das kippe als an mir geht es dir skelett noch chilliger von wahl geredet haben jo war aber war uns jetzt ich glaube das war den nächsten tag wo dann von bion ja aber nur durch mr moore alter und weil ich glaube ein glp einfach zum die einmal geklatscht hat mr moore war das und das war doch nein ist der cast crafter und mr moore waren das aber mr moore hat beide umgebracht ja weil die erst cast crafter hatten im visier und dann hat mr moore die einfach ein bisschen angezündet und das durch haben jemand schaden verloren aber auch so wirklich habe ich das nicht richtig geguckt ich habe das den beilaufen gehabt ne ich habe es mir angeguckt naja das kriegt mir echt ich gucke mir eigentlich nur jemand an wegen ttt ok was ich finde level 8 schon wieder box einfach von hals weg halten einfach alles wecken das ist nicht wahr schon wieder alles weggespringt hier alle meine monster aber ich sammeln erstmal paar zombies wieder ein und dann schnellst du dich alle sammeln auf einmal weg aber kommen gerade nicht so viele ist wieder ein schlacht scheiße ich weiß noch wo so viele mit einem aufgetaucht sind ok meine russerung hält noch naja ich hab kein helm mehr ooooh als army ich hab mir auch keine neue gemacht ist egal bei mir gehen nur noch die creeper in die luft aha war das nicht schon die ganze zeit so ja danke zombie für die karotte ich glaube ich hätte noch gar keine jetzt kann ich mal woher ich meine karte hin hatte naja von dem villager an stimmt ja aber vom zombie da kriegst du auch immer ja ja ich hab die aber vom villager gehabt weil ich immer unterwegs schlafen gegangen bin achja stimmt da hast du alles auf einmal gefunden nachher soll mir das auch zu Anfang machen ja du ich hatte ja das village shadowfäscher schon gehabt zwei stück ja das einzige was ich nicht hatte war ein melon melonen weil irgendeinen von den Spackern sich verkaufen wollte mhm seine drogen DROGEN ja 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 wenn wir eine höhere version gegangen wären hätten das wir auch schon mal gefunden ja ja hätte hätte haben wir aber nicht let's go ahead step ja jemand zwanzig darf lava 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 bye ich will auch wieder level 30 haben ich hab nur level 13 mal ja du hast du nicht doch jetzt kommt zombie armee hehehe bye ey was war nochmal bannen ich frag mich ganz nett was bannen ist weiß ich nicht keine ahnung knockback ist geil alter kommt die ganze kriberhand einfach nur weg klatschen hi zombies bye voll ich hatte eben bestimmt 6 zombies hier hehehe jetzt kommt immer noch mehr locker scheiß scheiß grieber ja ich verfluch sie scheiß flash scheiß flash hehehe bye knockback hat sie eigentlich ne aber jetzt wird's nervig jetzt wird knockback nervig jetzt wird knockback nervig jetzt wird knockback nervig ach hab genug weiß ich viel essen ich hab ja und ist mir egal zu viel scheiß dreck so mhm hallo mr enderman tipp zack komm aufsammeln die fee wo ist der 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 scheiß enderman wo ist der wo ist der wo ist der wo ist er wo ist er wo ist der wo eigentlich die na 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 alles ist gut bei dir alles gut bei dir allen kップ die enderperle Hi, Creeper Oh, wir gehen noch mal in Enderchest Ich glaube mit Obsidian drumherum und dieses komische Auge Deiner